So, wir sind hier am Senfenberger See bei der Kanu und Tour und Steffen ist heute extra etwas weiter angereist, nicht weit, von um die Ecke gekommen, um einige Boote durchzutesten für seine Schwester. So, Steffen, wie bist du auf Kanu und Tour aufmerksam geworden? Ich habe das im Kanu-Magazin, also die Annonce gelesen und habe gedacht, so weit weg von zu Hause ist es nicht. Es sind 40 Kilometer, da kann man hinfahren, kann man mal gucken und hatte eben halt oder habe eine Schwester, die sich gerade mit dem Gedanken beschäftigt, ein Luftboot zu kaufen. Da haben wir mit GUMOTEX ja einige zur Auswahl. Ihr habt auch ganz fleißig getestet. Allgemein Aktionen dieser Art, also dass man unverbindlich ohne Verkaufsdruck testen kann. Wie findest du das selber als Kanute? Das ist wichtig. Also man kann kein Boot kaufen, wenn man das nicht getestet hat und es kann auch nicht jeder nach Hamburg fahren und in irgendwelchen Großverkaufseinheiten solche Boote testen. Daher ist es wichtig, dass es zum Kunden gebracht wird. Ansonsten kann man eigentlich nichts verkaufen. Super, danke!